150, schon mal so. Stehen in die Post runter. Etzer! Yes! Etzer! Jetzt ist es zu gut auf 10 Cent, oder die Brechster. 15. Was? Was? Scheiße! Sollte Bonics! Was? 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 Jetzt muss er aber mal was zahlen hässern. Ja. Ja, war aber nicht. Ja, war aber nicht. Was? Was? Es gibt Zeit. Jetzt hat meine Güte. Wir kommen jetzt einfach zu 150. Ah ja. Wahnsinn, nicht schlecht.